Fühlst du schon? Ja, Junge, ich halte schon drauf seit einer halben Stunde. Du bist ja ein Sackgesicht, immer. So, wir haben schon lange nicht mehr geschraubt, ne? Also, wir haben ja ein Problemkind. Wir haben ein BMW M3 E92 Coupé mit Kompressor-Kit verbaut. Das Fahrzeug ist ein USA-Reimport mit geringem Vorschaden. Warum habe ich den Wagen gekauft? Weil es war nichts von der Seite ins Chassis reingedrückt, von rechts oder von links. Es war nichts an der Seitenwand. Das Ding lag nicht auf dem Dach. Das Dach wurde nicht abgeflexed, da wurde nichts zersägt an der Karosse. Hinten war er nicht drin, im Heckblech. Der hat hier von vorne keinen bekommen, dass der Rahmen richtig verzogen wäre. Also, das sind so die Indikatoren, wo ich einen Reimport mit Unfallschaden kaufen würde. Kein Rahmenverzug, kein ins Chassis von rechts und links, kein in die Seitenwand von rechts und links, dass da abgeflexed werden muss, etc. Und kein vom Heckblech. Der hat hier einen bekommen, einen spitzen Gegenstand irgendwann rein, vielleicht gegen eine Verkehrsinsel oder Mopedfahrer oder sowas. Und dann ist natürlich klar, dann ist die Haube kaputt, dann ist hier der Schlossträger kaputt, dann ist das Kühlerpaket kaputt, dann ist die Stoßstange kaputt. Und das sind alles Teile, guck mal, die schraubst du hier ab. Hier tauschst du einfach nur die Teile. Das ist rechts dran geschraubt, das ist links dran geschraubt. Und dann baust du hier den Schlossträger aus. Kühlerpaket, Stoßstange, das sind alles 1 zu 1 Teile, die du einfach tauscht. Dann hast du die Teile getauscht und dann hast du wieder intaktes Auto. Dann brauchst du ja keine Sorgen machen, ob Nachschäden, etc. Irgendwas, Elektronik oder sonst irgendwas. Das ist mein Gefühl, wie ich diese Importe kaufen würde, ja oder nein. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig bei Wasserschäden. Da gibt es auch wieder, da differenzieren welche mit Süßwasserschäden und Salzwasserschäden. Krass, wahrscheinlich Salzwasser dann natürlich ein bisschen aggressiver. Ja, denke ich mir jetzt erstmal logischerweise so auch. Aber da habe ich immer noch die Angst, dass irgendwo in der letzten Rille noch Wasser drin ist, im Steuergerät oder sonst wo. Normalerweise tauschen die natürlich dann auch die Geräte. Wasserschäden sind eigentlich in dem Sinne auch dankbar, weil du tauschst einfach die Steuergeräte, die abgesoffen sind. Guckst vielleicht noch die Verkabelung. Wenn du richtig professionell machst, tauschst du dann die ganze Verkabelung, wo die in dem Wasser dann lagen. Und dann war es das eigentlich im Prinzip auch schon. Aber da bin ich mir nicht so sicher, wie das, was ich jetzt gerade erklärt habe. Hier, mit schönen Frontschaden, Teile tauschen, habe ich gar nichts gegen einzuwenden. Lange Rede, gar kein Sinn. Warum sind wir jetzt hier? Wir haben das Fahrzeug gekauft vom sehr lieben Kunden quasi ja bei uns, der das Fahrzeug bei uns abgegeben hat. Wir haben es abgeholt, Nähe Bremen. Und wir sind wie bei meinem BMW M5 E60 V10 damals, Probefahrt, keine Probleme. Was passiert? Ich fahre nach Hause, auf der Autobahn, nach 20, 30 Kilometern, bam, geht die erste Lampe an. ABS, DSC geht off. Das wäre super. Hast du wieder ins Klo gegriffen und dann später kam es noch weiter, ging sogar die Motorkontrolllöchter an. Da habe ich natürlich dann gedacht, okay, herzlichen Glückwunsch. Hab da mal, wie man es so macht, den Fehler ausgelesen. Hinten kam raus ABS-Sensor oder Ring. Ich hoffe, ABS-Sensor soll wohl auch eine Krankheit sein bei der Baureihe. Warum hoffe ich das? Das Bauteil kostet 50 Euro, ist ein Sensor mit einem Kabel. Rad ab, tauschen, Rad drauf, Fehler löschen. Hoffentlich Ruhe. 50 Euro, der Fehler, ne? Das sind ja so Autos, kannst du ja nicht so verkaufen, überleicht jetzt mal. Kaufst du bei mir einen M3 für über 40 Mille mit Lampe an und so was? Also muss ich das beheben. Ja, klar. Warum ist ABS-Ring dann wiederum der unbequemere Fall? Dann muss die Antriebswelle ausgebaut werden. Was könnte denn überhaupt sein? Der ABS-Ring sitzt auf der Antriebswelle und gibt dem ABS-Sensor, der hier so drauf sitzt, durch Lücken das Signal, wie schnell sich das Rad dreht oder ob es blockiert. Wie kann dieser ABS-Ring jetzt den Fehler machen? Hier drunter korrodiert es auf der Antriebswelle. Der ABS-Ring platzt auf, jetzt ganz grob gesehen, man sieht es kaum eigentlich. Und dann hast du natürlich fehlerhafte Signale, die dem ABS-Sensor sonst gesendet werden. Und dann meckert er auch. Warum ist das jetzt unbequem zu tauschen? Lässt nicht mal eben Rad ab und teiltauschen, du musst die Antriebswelle ausbauen, ist ein bisschen mehr Attacke. Das hört sich nach Arbeit an. Ja, ist ein bisschen mehr Arbeit. Geht auch, aber es ist halt nervig. So einen Sensor hast du ganz schnell getauscht, 50 Euro. Der ABS-Ring kostet jetzt auch nicht die Welt, aber die Arbeit ist es dann halt. Da haben wir jetzt den Sensor bestellt. Der kommt um 16 Uhr und so lange können wir uns um das zweite Problem kümmern, nämlich die Motorkontrolllöchte. Das hat mir der Kunde aber auch vorher gesagt. Der hat gesagt, er meckert im Fehler den Drosselklappenstellenmotor Initialisierung auf Bank 1 an. Da müssen wir jetzt natürlich auch nochmal gucken, welcher das ist genau. Ich würde sagen, wir lesen jetzt gleich nochmal den Fehler aus. Auf jeden Fall sitzt der Drosselklappenstellenmotor hier drunter. Und BMW will für diese Reparatur, ein Drosselklappenstellenmotor kostet 1.000 Euro. Das heißt 2.000 Euro plus Arbeit würde ich sagen knapp 3.000 Euro. Ach du Scheiße. Würden die für diese Arbeit nehmen. Und wir probieren das heute, mein aller, aller, aller Jutster, für 30 Euro. Ja gut, Junge, da bleibt ja richtig was übrig für mich. Ich habe nämlich so Ritzel gekauft, die werde ich euch gleich mal zeigen. Das ist quasi, du machst dann den Drosselklappensteller auf und da drinnen verschleißen die Ritzel. Und die haben wir jetzt neu bestellt. Das wird natürlich sehr, sehr spannend. Ich bin natürlich auch sehr, sehr lange raus von der Schrauberroutine. Und ich würde sagen, wie gesagt, wir lesen jetzt nochmal den Fehler aus, um uns zu vergewissern, auf welcher Bank, damit wir den richtigen Drosselklappensteller ausbauen. Ja, und dann dürft ihr euch in diesem Video darauf freuen, ob das jetzt hier ein fehlerfreier M3 wird. Ich lese jetzt einmal den Fehler aus und ich werde jetzt auch einmal den Motor starten. Und wenn du dich nach vorne hinstellst am Motorraum, dann haben die Leute auch deine Tonspur. Und dann wirst du hören, dass er ein bisschen länger braucht, bis er anspringt. Das ist nicht, weil der lange Stand durch die Batterie, sondern durch den Drosselklappensteller-Motor. Gehen wir mal nach vorne und gucken. Ich lasse den jetzt ein bisschen laufen. Der stand jetzt einen Monat. Er tut den Autos nicht gut. Letztes Mal war der S in der Motorraum. Aber hast du gehört, Batterie war doch schon ein bisschen am Schwächeln. Und guck mal hier, hier kannst du die Fehler einmal zeigen. Die wollen wir heute am besten beheben. Ach ja, diese ganzen Leisten haben wir schon gemacht. Hier, das Fahrzeug hat vier Leisten an den Türen und hinten. Haben wir alles schön in Alcantara gemacht. Die ganzen Pins dahinter waren alle abgebrochen. Habe ich alle bei BMW neu geholt. Und hier auch, ne? Im Fond. Hier auch die Leisten, alle schön schwarz in Alcantara. Sieht gut aus, edel, oder? Das sieht echt gut aus. Passt zum Lenkrad hier. Ja. Finde ich, ist ein gutes, stimmiges Ergebnis geworden. So, pass auf. Drosselklappensteller, pre-drive, check Bank 1. Jetzt natürlich die Frage, wo ist Bank 1, ne? Aber müssen wir gucken. Bank 1 und hinten hat er auch angezeigt, rechts oder links. Damit wir gleich wissen, welches Rad wir abbauen müssen. So, so, so. Dann fangen wir erstmal mit dem Drosselklappensteller-Motor an. Aber Werkzeug brauchen wir auch. So, so, so. So, so. Das ist schon wieder hier ein bisschen mehr als gedacht, hör mal, ne? Für den Schrauben lösen und so. Das Schlimme ist halt, dass die Airbox, die hat da drunter die vier Anschlüsse auf jeder Seite für jeden Zylinder, ne? Und da muss halt erstmal drankommen, die ganzen Schlauchschillen zu lösen. Aber zeige ich gleich, wenn ich drankomme. Und ich mache jetzt hier die Streben ab, damit man besser die Airbox am besten da raus holen kann. Mal eben hier den Drosselplappensteller machen. Mhm. Ich habe das Gefühl, es wird nur Nachtschicht. Nee, hör mal. So lange raus ist der Zahler auch noch nicht. Ich hoffe nur, dass wir den Drosselklappensteller auch wirklich instand gesetzt bekommen. Das ist eher die Frage. Nicht, dass der gleich da einmal auseinander fliegt und ich nicht mehr weiß, wie man den zusammen bekommt. Das wird das Spaßige. Das hier ist Kindergarten, was wir gerade machen. Das ist einfach nur auseinanderbauen. Wir sind ja noch lange nicht am Bauteil, ne? Boah, da. Da ist was passiert, Junge. Da ist was passiert, Alter. Da ist was passiert, endlich. Boah, Junge, ey. So, da ist das Ding jetzt aber einmal. Jetzt habe ich auch die Faxen dick hier. Junge, das sieht aber richtig geil aus. Zeig mal von unten eben. Da sind die Anschlüsse. Guck mal, die kommen da oben drauf. Und da hast du die ganzen Schlauchstellen. Da musst du erst mal drankommen, ne? Pro Zylinder eine Schlauchstelle. Ist übrigens... Ja, was ist das jetzt? Hallo oder nicht? Ich glaube nicht. Jetzt geht es weiter. Also, wie wir sehen können, hier haben wir die Drosselklappen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Und für diese ganzen Drosselklappen haben wir Drosselklappensteller. Und jetzt müssen wir gucken, wo der sitzt. Ich meine, hier sitzt einer. Denn dieser treibt natürlich die Drosselklappensteller an, weißt du? Hier ist das Gestänge von dem. Ich glaube, dass das Bank zwei ist. Und hier müsste dann Bank eins sein. Das ist dann der hier. Ich baue mal wieder hier ein bisschen auseinander, dass wir hier drankommen. Und dann schauen wir. Ich finde das immer wieder beeindruckend, diese Technik hinter so einem Auto, ne? Dass du das Gaspedal drückst und dann dadurch Werte vermittelt werden durch Signale, durch Kabel an Steuergeräte, die wiederum weiter Befehle geben hier an so Drosselklappenstellermotoren. Dadurch eingespritzt wird, dadurch verbrannt wird, dadurch Leistung generiert wird, ein Gang geschaltet wird. Überleg mal, du drückst ja Gas und ist sofort da. Ich finde das so crazy, wenn man sich da reinsteigert, ne? Das macht mich jedes Mal wieder kirre. Ich habe kein Ton mehr, Brody. Du hast kein Ton mehr, aber hier. Ich habe kein Ton mehr. Mikrofon ist runtergefallen, ne? Dieser Kabeltunnel hier, der ist hartplastik. Und der ist hier mit der Sekundärluftpumpe, mit dem Gebläsemotor, guck mal, der ist fest verbunden. So, und der läuft über den beiden Drosselklappenstellern hier. Und du kannst einfach nur versuchen, die Kabel zu lösen hier, damit du mehr Platz hast. Aber hier ist ein Kabel, was keinen Stecker besitzt. Das heißt, du bist hier eingeschränkt vollkommen. Du kannst ihn bis hierhin hoch machen, ja? Und da kannst du jetzt dran gleich versuchen, den Drosselklappenstellmotor dran vorbei. Also wirklich, das ist ja so. Ja, ich habe mir die Schnauze voll. So, pass auf, mein Lieber. Es ist soweit. Guck mal, ich habe ihn jetzt gelöst. Und jetzt muss ich jetzt beim Herausholen, wirst du die Problematik sehen. Boah, ich weiß nicht, wie ich das jetzt machen soll. Den kriege ich auch nie wieder da rein, ey. Warte, wenn ich den so lange rausmachen würde, das würde mir helfen, glaube ich. Ich habe ihn schon. Was für welche? Boah. 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 Ich kriege den nicht hier raus, Alter. Jetzt habe ich ihn, glaube ich. Boah. Boah. Alter. Guck. Alter. Ey. Weißt du was? Ich kriege die Krise, Alter. Ey. So, jetzt gibt es eine Sache. Der Drossel-Klappen-Stell-Motor geht nur von einer Seite auf und zwar von hier. Jetzt öffnen wir das Ding, um zu wissen, was hier los ist. Das ist jetzt hier Learning by Zallo. Ey, ich darf den Mund jetzt nicht zu voll nehmen, wenn er in die Hose geht und das nicht klappt. Aber es wäre schon wild, wenn wir anstatt 3.000 Euro 30 Euro ausgeben, oder? So, wir müssen jetzt ganz genau gucken, was hier los ist. Wir dürfen jetzt hier keine voreiligen Dingens machen. Nicht, dass das jetzt hier alles auseinanderspringt, weißt du? Wenn ich das jetzt hier aufschraube, dann ist das Problem. Jetzt ist die Stunde der Wahrheit, Alter. Ohne Spaß jetzt. Oh mein Gott, ist das interessant. Ach, das ist die Platine. Siehst du diese Zahnräder hier? Die habe ich neu bestellt, weil ich dachte, es ist eine große Schwäche von dem Drossel-Klappen-Steller, dass diese Zahnräder verschleißen. Und aus diesem Grund habe ich diese Zahnräder neu bestellt. Das ist das hier, was du hier erkennen kannst. Aber ich sage dir ganz ehrlich, diese Zahnräder sehen nicht verschlissen aus. Und somit könnte unser Problem an der Platine liegen. Jetzt ist aber folgendes. Ich kann jetzt natürlich die Zahnräder tauschen, aber ich glaube nicht, dass es was bringen wird. Aber die Aktion war trotzdem nicht umsonst. Wenn wir die jetzt durch die Zahnräder nicht instand gesetzt bekommen, müssten wir den Drossel-Klappen-Steller trotzdem nach England schicken. Das ist wieder die kostengünstigere Variante. Warum? Ein neuer kostet 1000 Euro bei BMW. Den kriegt man auch, glaube ich, für 600, 700 Euro von Conti irgendwo über dem Zubehör. So, aber wir können jetzt mal anfangen, den auseinanderzunehmen. Das hier ist schon mal das erste Zahnrad. Ich sehe keine großen Abnutzungsspuren. Ich hätte mir jetzt gewünscht, dass dieses Zahnrad wirklich richtig ausgelutscht aussieht. Und dass dann daraufhin das unser Fehler gewesen wäre, weißt du? Aber ich sehe gar nichts. Also kaum. Das ist ein bestimmter Fehler hier irgendwo in der Platine irgendwo. Ich hatte gerade die Hoffnung schon fast aufgegeben. Warte mal, ich versuche den mal rauszuholen. Warte mal. Ich versuche es mal einfacher zu machen. Oh, Junge. Geht das jetzt hier schon wieder los, Alter? Wirklich, ey. Ich habe was gesehen, Uni. Ich glaube, alles gut. So, ich habe den jetzt hier rausgetrieben. Ich habe nämlich hier was erkannt. Fällt dir hier was auf? Die Zähne sind dicker auf jeden Fall. Bei wem? Bei dem neuen. Und das könnte es sein. Der greift hier rein und treibt den dann an. Ja, die sind auf jeden Fall. Also da sind welche so dünn, dass sie kurz vorm Abbrechen sind. Wenn ich jetzt hier den neuen nehme, das ist der alte. Bitte guck dir an, wie die greifen. Und wenn ich das jetzt hiermit vergleiche, bei dem anderen sind beide Zähne richtig drin und bündig. Und hier, das wackelt ja hier schon drin. Da sind die Zähne schon richtig verschlissen. Also bei allem richtig schlimm hier an der Position. Guck mal bitte. Da siehst du, der hat gar keinen Halt hier drin. Jetzt nochmal andersrum hier. Also der rollt hier schon von alleine und ohne Spiel, ohne nichts. Hier, den bauen wir jetzt zusammen. Viel Spaß beim Zusammenbauen. Vielen Dank. Jetzt müssen wir uns nur irgendwie darauf konzentrieren, dass wir das hier auch wieder zusammenbekommen. Sag mal, learning by doing. Ich sag dir das die ganze Zeit schon, wenn die Kamera aus ist. Du brauchst eine Werkbank, Alter. Hast du recht, ja. Brauchst du wirklich? Ja, ich muss mal langsam hier ein bisschen aufrüsten. Das könnte echt sein. Ich vergleiche jetzt einmal den anderen, wie der sich abrollt, weißt du. Und ich würde jetzt auch den anderen nochmal. Ich habe nämlich logischerweise direkt zwei Sets bestellt. Auch für den anderen noch. Wenn ich einmal dran bin, dachte ich mir, wenn ich in einen leicht getauscht bekomme und da Verschleiß sehe. Warum soll ich dann jetzt nicht den zweiten auch machen? Jetzt ist man einmal dran. Schau, wie der sich dreht. Und meiner. Bleib stehen. Das heißt, ich habe die Feder nicht richtig vorgespannt. Das ist halt, wenn man das jetzt nicht so oft gemacht hat. Aber dann besser, bevor man das einbaut, einmal dann gegenkontrollieren. Gucken wir uns an, warum der anders federt hier. Das ging auch schnell. Ihr habt ja gesehen, als das auseinandergeflogen ist. Als ich game hatte, habe ich so geguckt. Warum? Weil die Feder da auseinandergeflogen ist und man da nicht mehr sieht, wie die Feder vorverbaut war. Und jetzt gerade beim ersten Zusammenbau hatten wir eine falsche Vorspannung in der Feder. Das heißt, die Feder war nicht genug gespannt. Und das ist jetzt der Dorskelklappensteller, wo es gerade nicht richtig gut funktioniert hat. Ich will jetzt aber nochmal eben die Schrauben feste ziehen. Denn das zweite Problem ist, bei den Polenritzeln, die kommen, das ist natürlich nicht wie Serie. Die ganzen Adapterstücke hier, die passen alle nicht richtig drauf. Ich musste ein bisschen anschleifen und du hast jetzt hier dann minimal mehr Spiel als vorher. Aber es ging jetzt nicht besser. Das war wirklich das Maximum, was ich rausholen konnte. Ich werde das Ganze jetzt mal dann zusammenschrauben, in der Hoffnung. Aber ihr seht, jetzt ist die Vorspannung hier. Jetzt ist sie gegeben. Zweiter Tag. Es geht weiter, Freunde. Neuer Tag, neues Glück. Mir geht es zwar richtig beschissen, beschissener als gestern. Ich habe eigentlich gedacht, ich bin wieder gesund, aber es bringt ja nichts. Der einzige Vorteil ist, wenn man das jetzt einmal gemacht hat, dann geht das zweite Mal immer gefühlt doppelt so schnell. Ich will nicht den Pinöpel kaputt haben. Ich muss aufpassen jetzt hier. Der wollte sich mit mir anlegen, weißt du? Der wollte sich echt mit mir anlegen. Ich werde jetzt einfach mal starten. Ich habe die ganze Kabellage hier alles zugemacht. Alles wieder fachmännisch hier, die ganzen Stecker drauf, etc. Dass das auch alles schön hier liegt und nichts irgendwie sich auch in Betrieb. Wir sehen können hier, der Test hier funktioniert schon mal. Und normalerweise müsste der sich, wenn ich gleich Zündung anmache oder den Motor anmache, dann müsste der sich einmal initialisieren. Das war ja da, wo wir den Fehler hatten. So, dann drücken wir die Daumen einmal. So, Fehler löschen. Motorkontrolllampe ist schon mal aus. Regelsystem bleibt an. Da müssen wir noch dran. ABS-Sensor. Die Motorlampe ist jetzt erstmal aus. Fehler gelöscht. Motorlampe an. Aber warte, jetzt müssen wir noch gucken. Entweder jetzt wegen dem Temperatursensor an der Airbook oder wieder Drossklappensteller direkt. Kann ich den direkt wegschicken. Alles wieder aufmachen. Eigentlich gar keinen Bock drauf. Das ist echt, wie es ist, Alter. Fehler ist noch da. Warum? Ja, direkt wieder da. Motorlampe geht direkt an. Ich habe jetzt nochmal einen Fehler gelöscht, hin und her. Ein paar Mal, Fehler ist jetzt rausgeblieben. Motorkontrolllöchst, ist jetzt nur an wegen Airbox. Boah, die Kiste jetzt zusammen. Ist mir scheißegal. So, mein Lieber. ABS-Sensor hinten. Definitiv leichte Geschichte. Was nur ein bisschen nervig ist, du musst die Radtauschale abmachen, um an die Verkabelung zu kommen. Weil das Kabel geht ja schlussfolgerig irgendwo zum Fahrzeug. Und da ist so eine Schnittstelle, weißt du? Du hast gar kein Mikrofon mehr an, ne? Ne, ich habe kein Mikrofon. Ich gehe extra laut jetzt. Ja, aber ich mache immer gerne so Konversationen eigentlich mit dem, der filmt, weißt du? Ich mag das irgendwie. Ja, ja. Ist doch eigentlich geil. Anstatt die ganze Zeit selber. Weil irgendwie ist das... Ich sehe dann so, dass der Zuschauer dann quasi du ist. Weil er guckt ja auch durch die Limmse, weißt du? Ich bin ein echt so unwissender Zuschauer, der so einfach für dich unterhältst. Also wenn du das eigentlich fragst, dann auch mal so ein, zwei Sachen, die ich nicht checke. Ich muss halt jetzt hier nicht die ganze Radhausschale runterholen, oder? Wegen einem Kabel. Da kriege ich ja ein Hissi. Du musst wirklich die ganze Radhausschale hier ab, ey. Die ist so steif hier drin, ey. Jetzt haben wir das Kabel freigelegt. So, merken, wo das langläuft. Jetzt müssen wir den Sensor einmal abschrauben. Also, augenscheinlich jetzt kein Fehler, aber die machen gerne Probleme. Und da das das günstigste Teil ist und mit wenig Arbeitsaufwand, was war das jetzt? Als halbe Stunde war es, ne? Probieren wir das. Look, here's the new one. I'm still standing. I'm sure they wanna saw. Dran ist er schon. Jetzt muss er nur einmal jetzt hier die Kabelführung, wie vorher. Und dann fahren wir los gleich. Welche Farbe hat deine RS-6? Meine RS-6? Aber welche Farbe hat deine Aprilia? Nein, das ist eine sehr berechtigte Frage. Und das kommt bestimmt wieder falsch rüber jetzt. Immer wenn, das ist aber mein Humor, kennst du das? Die Situation zum Beispiel so gerade out of nowhere, so völlig aus dem Kontext gerissen. Einfach so, so ein bisschen so nach dem Motto Front, aber mach ich ja eigentlich gar nicht. Aber so diese Situation einfach. Hast du gesehen, wie ich totgelacht hab? Das ist einfach mein Humor. Aber bei manchen kommt der halt einfach nicht an. Die denken dann, ich bin irgendwie abgehoben oder so. Ich bin hier Junge von der Straße, Oberbaden. Weißt du, was ich mein? So, weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt machen wir wirklich die alles entscheidende Probefahrt. Wenn das Ding jetzt funktioniert und keine Fehlermeldung mehr. Ich zieh auf jeden Fall die Jacke aus, weil mit der darf ich mich nicht da reinsetzen. Ich weiß nicht, dass es tatsächlich ist. Lack Schuh. 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 Oh! Guck, Tacho! Guck, Tacho! Guck jetzt! Guck jetzt! Guck jetzt! Guck jetzt! Guck jetzt! Warte mal. Warte mal kurz. Allein, Leute. Allein, wenn es jetzt nur für diesen Moment ist. Das ist so ein schöner Anblick, wenn das Ding einfach mal wieder keine Fehlermeldung hat. Das ist einfach ein herrlicher Anblick. Das Mikrofon haben wir übrigens auch gefunden. Und jetzt müssen wir nur tanken und dann haben wir erstmal keine Fehlerleuchten mehr. Ey, Oni, das ist gerade ein Moment. Ich habe einfach, ich habe ein Herz für Autos. Und wenn dir das gedankt wird, dass du jetzt zwei Tage lang in dieser Halle hinkst. Auf dem Boden, auf Knie, mit Rücken. Wieder so reingefuchst, kalt. Mir geht es nicht gut, aber ich habe trotzdem durchgezogen. Auch für euch mal wieder ein Video rauszubringen. Ich hoffe, Daumen nach oben, Kommentar für den Algorithmus. Ihr wisst natürlich, dass das Ganze wieder unterstützt. Das ist mal wieder so ein richtiges Oldschool-Video. Aber wenn sich die Leute jetzt fragen, warum machst du das nicht öfter, etc. Du bist Zeuge. Was ist gestern passiert? Gestern mitten beim Schrauben einfach Auto gekauft. Heute, mitten beim Schrauben, ich war gerade richtig im Film, Besichtigung. Anrufe, Telefonate. Manchmal bin ich dann in so kurzen Phasen zu viel Autohändler, um jetzt permanent schrauben zu können. Aber ich glaube, man kriegt das schon irgendwie so geswitcht. Also jetzt gerade hat es mir mega Spaß gemacht. Wenn jetzt der Fehler ausbleibt, ich kann dir nicht sagen, wie glücklich mich das macht. Drei Lampen sind hinten an, wegen einem ABS-Sensor, der 50 Euro kostet. Der eine halbe Stunde arbeitet. Drei Lampen im Cockpit, das sieht aus, das ist ja für mich auch. Ich bin nach Hause gefahren, das war für mich ein richtiger Störfaktor. Du siehst, dass der Tannenbaum leuchtet. Und dann sagen die Leute auch wieder, was kaufst du da für einen Schrott, etc. Aber ich habe hier eine ausgiebige Probefahrt gemacht. Was soll ich hier machen? Soll ich mit dem Jungen in ein anderes Bundesland fahren? Kann Probe fahren, vernünftig, gucken, alles testen, bremsen, beschleunigen. Was soll ich hier noch alles machen, weißt du? Ja und dann ging der ABS an und dann später kam mir noch der Drosselklappen-Stellmotor dazu. Da hat er mir aber, fairerweise hat der Junge mir gesagt, dass er mal Initialisierung angemeckert hatte, dann aber weg war. Nur bei mir ist er dann jetzt permanent angeblieben. So und jetzt haben wir halt die kostengünstige Variante gewählt, weil wir gehofft haben, dass kein Fehler in der Elektronik in dieser Platine ist, die wir gesehen haben. Das könnte ja der nächste Step sein. Dann kommst du halt wirklich nicht da drum herum, den einzusenden. Kannst einen neuen kaufen für 600 bis 1000 Euro oder du sendest ihn einen für 350 Euro Überholung. Da wären wir da nicht drum rum gekommen. Aber ich würde sagen, wir tanken jetzt erstmal ein bisschen, weil das Ding ist rotzeleer. 14 Kilometer Restreichweite, so weit kommen wir damit nicht. Und dann hoffen wir einfach nur, dass die Motorkontrolle euch da ausbleibt. Und dann bin ich wirklich ein glücklicher Mensch. Dafür liebe ich die, die kann, ne? Ja, es ist einfach Liebe. Und ich sag dir eine Sache. Fehler ist aus, wirklich. Da, guck da. Da, bevor die Leute das nicht glauben. Warte, ich mache Lichtlampe auch noch. Da. Geil oder geil? Also ich will nicht zu froh sein, aber ich glaube, der Fehler wäre sonst schon wieder da gewesen, weil die MKL ging zuletzt gar nicht mehr weg aus, auch nicht mit Motor an aus, weißt du? Und wir haben jetzt alle Gänge durchgeschaltet. Drehzahl haben wir auch einmal voll ausgefahren, ne? Klar, was soll ich jetzt 100 Kilometer Probe fahren, ne? Aber... So, Freunde, wir fahren zurück in die Halle. Probefahrt. Ja, wir sind jetzt zwei, drei Autobahnausfahrten gefahren. Ich war tanken. Welche Szenarien will es statt? Autobahn, was sollen wir jetzt noch machen? Haben wir jetzt schon alles dran. Ja, die Kiste ist warm. Alles gut. Willst du einen Abschied hier machen, oder willst du da? Ne, machen den alle. Cool. Ja, mein Lieber, ich schaue nochmal gerne in den Tacho, ne? Handbremse. Angeschnallt bin ich auch nicht. Mega erleichtert. Da läuft mir immer wieder so ein Schauer über dem Rücken. Auch wenn's kalt ist, aber da läuft mir so ein Schauer über dem Rücken, weil mich erleichtert sowas immer. Wenn die Arbeit, was du jetzt da reingesteckt hast, ne? Die letzten zwei Tage, wenn sich das dann wieder auszahlt. Mega. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war es lehrreich für euch. Wie gesagt, BMW wärst du so roundabout, also wenn dein Auto abgibst, da hinstellst bei BMW und sagst, hier bitteschön den Schlüssel macht, wärst du ungefähr bei 3.000 Euro gewesen, denke ich mal. Gerade mit dem Kompressor-Kit und sowas, alles, ne? Auch wenn wir jetzt revidiert hätten, hätten wir 2 bis einmal dabei, dann machst du beide Drostklappensteller, nur 700 Euro, nur 700 Euro beide revidieren lassen, eigene Arbeitszeit. Und ja, jetzt sind wir roundabout mit eigener Arbeitszeit. 100 Euro. Ist das gut oder ist das gut? Also ich bin mega froh und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lass gerne, wie gesagt, einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Und dann dürft ihr euch freuen. Wir geben uns nochmal ein bisschen Gas und dann kommt die Tage nochmal ein bisschen Content, ne? Bis dahin, Freunde. Ciao. Ciao. Ciao.